Mein Name ist Tim Langenbach. Ich arbeite seit acht Jahren als Projektmanager bei der KfW IPEX Bank im Bereich Bergbau und Rohstoffe. Mein Name ist Christoph König. Ich bin seit zwölf Jahren bei der Aerobis und verantworte heute den Einkauf von Rohstoffen und den Verkauf von Metallen. Am Bereich Rohstofffinanzierung fasziniert mich einfach die Vielseitigkeit. Da gibt es unheimlich viele verschiedene Rohstoffe. Es ist immer wieder etwas Neues. Jedes Projekt ist einzigartig. Ich arbeite gerne in einem internationalen Kontext. Unheimlich viele verschiedene Länder. Jede Menge Menschen, mit denen man tagtäglich wieder zusammenarbeitet. Das macht irre viel Spaß. Mich fasziniert immer wieder aufs Neue, wie aus Rohstoffen, Gestein oder Schrotte Metalle entstehen. Und wenn ich über das Werkgelände laufe, bin ich immer wieder beeindruckt, wie groß die Anlagen sind und wie klein der Mensch im Vergleich wirkt. Wir finanzieren in der KfW IPEX Bank eine sehr breite Palette an Rohstoffen, die für viele Zukunftstechnologien wichtig sind. E-Mobilität, Digitalisierung, erneuerbare Energien. Kupfer ist dabei ein ganz besonders spannendes Material mit einer sehr breiten Anwendung. Die Produktion dieser Metalle sichern eine Unmengenanzahl von Arbeitsplätzen, weil ohne unser Kupfer würde es keine Windräder geben, würde es keine Solarenergie geben, würde es keine Akkus geben. Kupfer ist einfach unabdingbar für unsere Zukunft. Eine zentrale und wichtige Aufgabe der KfW IPEX Bank als Bank aus Verantwortung ist es, die deutsche und europäische Wirtschaft mit langfristigen Rohstofffinanzierungen zu unterstützen und so die Rohstoffversorgung zu sichern. Dabei muss der Bankpartner besonders zuverlässig agieren und wir müssen qualitativ hochwertige und passende Produkte anbieten können. Wir sehen die KfW IPEX Bank als einer der führenden Rohstofffinanzierer Europas. Arupis ist der größte Kupferproduzent in Europa und der größte Kupferrecycler in der Welt. Recycling ist ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie, ist aber auch ein sehr wichtiger Bestandteil der Nachhaltigkeit in unserer Gesellschaft. Der verantwortliche Umgang mit Mensch, Umwelt und Wirtschaft ist uns extrem wichtig. Wir sind Benchmark im Umweltmanagement in der Kupferindustrie, weltweit sogar. Wir erwarten von einem Finanzierungspartner, dass er dieselben Werte teilt. Arupis und die KfW IPEX Bank verbindet eine seit den 70er Jahren vertrauensvoll gewachsene Partnerschaft. Wenn wir gemeinsam ein Projekt machen, bin ich davon überzeugt, dass es nach höchsten Umwelt- und Sozialstandards realisiert wird. Man nennt uns vielleicht Old Economy, aber wir arbeiten hier an der Zukunft. Ohne unsere Metalle würde es keine New Economy geben. Kupfer liegt schon seit Millionen Jahren in der Erde und ich bin überzeugt davon, dass die Versorgung mit diesem Material auch zukünftig eine tragende Rolle spielen wird. Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020